ich muss da hoch da oben ist noch man einmal hilfe von dir einmal du kriegst die ganze zeit die hilfe meine güte dabei kann ich das alles selbst wo muss jetzt das wasser hin noch mal dahin versuchen wir das doch mal da wo ich stehe da muss wasser ja bisher der plankenmann muss ich jetzt hier schon wieder konstruktionen ich kann keine planken bauen aber was kannst du denn überhaupt das hat nicht wirklich viel sinn weil das wasser da nicht hinkommt warte halt mal bitte das geht nicht ich dachte ich kann das hier beschweren aber dicken auch nicht okay dass er geht in x was hat die frage ob wir die pflanze nur machen um da hoch zu kommen oder wo ich schon war das weiß ich das ist halt die frage jetzt oder ob wir das ob das noch einen anderen sinn hat die pflanze so jetzt macht das andere oder ja naja wir haben es versucht diese ich bin ich bin da der konstruktionsbauer vertraue mir sieht euch diese kleinen lichter an hast du noch nie glühböhmchen gesehen die werden vom licht angezogen du bist tot wenn du da reingehst heißt da liegt eine planke die bringt aber nicht weil hier nur so wasser ist oder sonstiges guck mal hier könntest du mir eine planke bauen mit der ich darüber komme oder du behältst einfach die planke da kurz mal hin das problem ist deine deine scheiß blase verlangsamt doch alles ja weiß ich ja und jetzt krieg ich die da nicht mehr runter ja okay das hat nicht funktioniert aber immerhin habe ein hebel gedrückt siehst du ich komme nicht mehr weg das ist ja wunderschön oder ich komme ist irgendwie okay bin da das liegt daran dass es weit nach bitternacht ist ja ich bin zauberer ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot kannst du mal auf die demon wechseln ah naja einfach da durch, hüppen, 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 und zack da wird man ermordet dann schmeißt man sich auf den zauberer und macht dasselbe nochmal zack 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 ist der zauberer tot und dann nimmt der kollege noch nicht mal den checkpoint ein den habe ich, ich bin da durchgelaufen ich bin durch den checkpoint gelaufen, so dann gehst du hier zack 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 bleib mal da oben und jetzt? ja wir müssen da hoch oder? jetzt peh ich hier unten ja warum bist du auch da unten? alles muss man hier selber machen du musst schon warten bis ich mal so weit bin reicht nicht hey kannst du hier den boden kaputt machen? was ist das hier unten? oh verdammt da unten sind noch mehr Sachen verdammt du bist tot ja game over so, war, war schönes spiel so, warte, was machen wir jetzt hier alles ja, kein Problem ich weiß ja auch wie da hinten ist nichts mehr doch, da oben hinten oben was, wo hinten oben hast du eingesammelt? ich glaube ja ich bin aber tot ja, das macht komm mit zurück komm mit zurück ach 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 so, in der Zeit kann ich mal ich brauche noch zwei punkte ich brauche noch zwei punkte ich will mein Lenkdraffenschild haben so, versuch's jetzt mal mwah wuhu haha nein mwah ach 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 mach du doch mal geh weg bist du, wär auch gut ach ach das geht auch so oh nur noch du hier hochkommst ich sehe jetzt leider nichts mehr ich sehe jetzt leider nichts mehr diese Grunde ist voll von diesen Monsterpflanzen mach die Augen zu und stell dir vor es wären wir jetzt hinten Sag Bescheid, wenn du unten angekommen bist. Ja, ja, ich bin unten angekommen. Ah, Hilfe. Überall, Pflanzen. Ah, schnell weg. Ja, so kann man auch sterben. Okay. Äh, glaube ich bin hier sicher. Ich nicht, bin ich sicher. Nein! Oh, du bist ja eh der einzige Überlebende. Na, voll, Gegner. Gegner, Gangstiegel. Wie ihr seht, Saga verliert. Nektar. Ja. Nur mit der Diebin ist halt schwer. Alter! Immer zum Schluss kriegt mich diese scheiß fucking Pflanze. Brauchst du Hilfe? Nö, du musst alles retten. Aber ich hole mal die Erfahrungspunkte und die Lebenspunkte und... Mach das. Guck mal hier. Watt, watt, watt. Ne, ich bin schon aufgefressen worden. Achso. Passt zu langs ne. Ah. Nein. Nein. Das ist doch alles wunderbar. Aber alles funktioniert. Ja, wenn du nichts kannst. Ich muss immer alles alleine machen. Keine schöne bei diesem Spiel ist, du bist unter Wasser. Alter, du bist unter Land. Hier hast du so ne kleinen Dinger. So, cool. Ich spring mal. Jumping. 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 Hinterrücken. Guck mal, hier ist ein Checkpoint. Woohoo! Disco! Disco-Fuchs! Woohoo! So. Spinnen! Ähm, okay, da geht's weiter. Au! Voll, voll rinnen in die Scheiße. Die Scheiße ist ja eckerhaft. Och, und gleich tot, weil da noch zwei Spinnen sind. Ja, hol dir erst mal die Dinger. Die Spinnen zu töten. Ja, jetzt, äh. Hab doch nicht gerade gesagt, da sind noch zwei Spinnen. Oh. Ja, doch. Du kannst einfach auch was sagen, dann wechsel ich. Oh. Ja, alles gut. Dezenter Hinweis hat funktioniert. Oh. Hab ich's geöffnet, hab ich's geöffnet. Jawohl. Ja, ahnung. Wir wollen das. Achso. Ich geh nach oben. Ich bin oben. Weitere nach oben? Mann. Hier oben ist griechisch geil. Hier ist ein Checkpoint. Was? Checkpoint? Ich dachte, hier unten geht's weiter. Ja, was du denkst, Schnuckelchen. Das ist was anderes. Dann geh ich mal nach da unten und guck mal, was da so ist. Oh ja, ich kacke zu oben weiter. Wir werden irgendwann sowieso zueinander teleportiert. Oh, die Pflanze hat der Stachel. Ah, hier ist eine Truhe. Ah. Damit gibt's ja eh nur Sammelgemälde momentan. Jujo. Früher gab's, weißt du, beim ersten Teil gab's immer noch coole Ausrüstungsgegenstände. Jetzt kriegst du Sammelgemälde oder Sammelgedichte. Ja, ist... Für ein Bullshit. Es wird halt... ...ein Mensch. Kunst darf hierbei nicht vergessen werden. Was machst du eigentlich? Warum wirfst du mit Kisten? Exkant. Achso. Hau ab, du komischer Flummi. Ich helf dir mal hier. So, was machen wir hier? Ich baue mir eine Leiter, damit ich da hochkomme. Pass mal. Ha, 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 ha. Oh. Ja, der macht einmal Pupp und du bist tot. Das bringt mir jetzt aber nichts mit dem Zauberer. Hilfe. Geh zurück zum Checkpoint. Ich kann nicht. Da oben ist die Klappe zu. Dann... Stirb. Kannst du doch nicht mal mehr zurück, weil da oben die scheiß Klappe zu ist. Wer hat sich denn den Scheiß einfallen lassen? Wo bist du? Ach, ich dachte, der ist tot. Okay, jetzt ist er tot. Alter! Hey, du mit deiner Scheißblase. Ganz ehrlich. Ich fand... Ich nicht. Weil du scheiß Flummi, du hampelst dir die ganze Zeit nur rum. Warte, ich mach's weg. So. Ja, wir haben anstand den Weg. Ich hab ja, genau. Bin ich wieder schuld. Ist klar. Ja. Nein! Da, viel Spaß. Da hab ich mir gestorben. Nein! Ich kann ja, wie ich das jetzt in Ruhe hier durchhüpfen. Hab ich schon gesagt. Und wo da durchhüpfen? Bin wunderbar da durchgipft. Ja. Besser als andere Team-Mates. Was zur Hölle hat denn der Hebel gerade gehabt? Der hat ja gerade einen Disco-Fieber. Techno. Oh. Kann man diese... Kannst du mal die Dinger versuchen abzuschießen? Die gehen echt einmal auf den Sack. Was soll ich abschießen? Die gehen nicht kaputt, die Dinger. Schon probiert, oder was? Ja, ja. Ich lass dich jetzt da durchhüpfen, bis ich dann... Achso, du machst das mit dem Ritter, ne? Achso, ja, okay. Mach mal. Ey, wir brauchen noch 14. Dann kann ich endlich mein... Schild machen. Dein Schild kann er machen. Ja, ich brauch mein... Ich brauch mein Schild haben. Ich brauch mein supergeiles Schild haben. Ich muss da noch hoch. Ja. Viel Spaß. Warum ist der Gegner? Der Kugel will abschlachten. Ja. 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 Oh. Sonnen sind Kreissägen. Oh, bist du reingefahren? Ja, ich bin tot. Sehr schön. Wozu brauchen wir hier? Vergiss es so, scheiß Pflanze. Was? Die wollte mich schon wieder krissen. Wir brauchen da hier... Wir brauchen da hier und... Hä, was? Was kommt denn jetzt für die Blase? Nichts. Ich wollte den hier oben haben. Ach, Mann. Ich muss ein Wasser leiten. Ja. Mann. Dafür fehlt mir aber ein Gefäß. Was für ein Gefäß? Ein Gefäß, damit ich das Wasser auffangen kann. Und hier runter leiten kann. Noch deine Planke, bitte. Ich... Jetzt... Wenn wir das die Planke da... Kannst du mal noch ein Stück nach oben kommen? Ich sehe nichts. Oh, ich habe eins. Ich baue aber noch eine Kiste, glaube ich, da oben. Jetzt komme ich da nicht ran. Warte. Ich binえっ. Ja. UNTERTITELUNG 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 UNTERTITELUNG